Herzlich Willkommen zu diesem Video. Es geht jetzt darum, dass wir die Mengen von Aufgaben, die wir haben, strukturieren. Und zwar fassen wir Mengen von Aufgaben zu Sprints zusammen. Das ist so die Art und Weise, wie man Scrum-Projekte abwickelt. Und dafür werde ich jetzt drei Sprints anlegen in GitLab. Und GitLab macht das mit sogenannten Meilensteinen. Und dann können wir den Meilensteinen dann die Tickets zuweisen. Deswegen wechseln wir jetzt ins GitLab und dann lege ich die Meilensteine an. Also wir starten bei den Meilensteinen. Ich wechsle jetzt also hier auf die Grafik Meilenstein. Hier ist es noch nichts zu sehen. Und jetzt starte ich damit, dass ich unsere drei Sprints anlege. Der erste Sprint ist der Explorative Sprint. Exploration nenne ich den mal. Der startet jetzt am 15. März des Jahres 2021. Da geht unser Semester los. Und der Sprint endet am 26.04. mit der ersten Zwischenpräsentation. Und der Meilenstein hat das Ziel Risiken minimieren, Projekt Scope festlegen, Projekt organisieren. Das hat natürlich noch mehr Ziele. Aber das müssen wir jetzt auch nicht lange beschreiben. So, create Milestones. Jetzt haben wir den ersten Meilenstein erzeugt. Sie sehen hier, der Meilenstein hat auch eine Grafik, wo man so ein bisschen Projektverlauf verfolgen kann, sogenannten Burndown Chart. Sobald wir Tickets zugewiesen haben, können wir sozusagen die Menge der abgearbeiteten Tickets anschauen. Man kann entweder die Zahl der Issues abzählen, die abgearbeitet worden sind oder sogar nach geschätztem Aufwand gucken, wie weit es abgearbeitet wurde. Das ist Issue Weight. Da werden wir mit Story Points arbeiten. Und hier unten sieht man auch die Liste der Tickets. Bisher haben wir nichts zugewiesen. Insofern ist das jetzt nicht so spannend. So, nehmen wir weitere Meilenstein. Ich klicke jetzt hier nochmal auf Meilenstein. New Milestone. Jetzt haben wir als nächsten Sprint den Wachstumssprint. Wachstum. Der startet, wenn der andere Sprint aus ist, also am 27. April. Und der endet am 7.6. Wieder mit einer Zwischenpräsentation. Hier System wächst. Und User Stories werden implementiert. Das ist so ein bisschen das, was mit einem Wachstumssprint passiert. Wir arbeiten ja mit drei Sprints, weil wir nur eine Laufzeit von insgesamt etwa drei Monaten haben. Und im ersten Sprint, dem explorativen Sprint, geht es darum, die Risiken rauszumachen und das Projekt besser zu verstehen. Im zweiten Sprint haben wir dann das Wachstum. Das heißt, da kommen die Features dazu. Und das System wächst User Story für User Story, solange bis wir so ein halbwegs brauchbares MVP zusammengebaut haben. Und im dritten Sprint, dem Konsolidierungssprint, geht es dann darum, zu polieren, das Ganze präsentabel zu machen, also vielleicht ein Präsentationsvideo zu machen, das System ausführlich zu testen, noch kleinere Verbesserungen zu machen. Aber letzten Endes eine Lieferfähigkeit herzustellen nach diesen drei Sprints. Also ein Wachstumssprint, wie gesagt, das System wird größer. Und ich mache jetzt noch einen dritten Sprint auf und zwar den Konsolidierungsschritt, der startet wieder nach dem Sprint davor, diesmal also am 8. Juni. Die Sprints müssen nicht unbedingt überschneidungsfrei sein. Das sind ja erstmal nur Ordnungsstrukturen, um, also die Milestones müssen nicht überschneidungsfrei sein, Sprints schon. Die Milestones können sich durchaus überlappen. Das sind im Grunde ja nur Gruppierungen von Tickets, die man verfolgen will. So, machen wir hier nochmal das Fertigstellungsdatum. Wir haben hier unsere Projektmesse, also die Vorstellung aller Projekte ist Stand heute, geplant am 10. Juli. Da geht es um vor allem um Qualitätssicherung, Qualitätssicherung, Präsentation, polieren, schreibe ich hier nochmal. Wenn wir uns jetzt die Liste der Milestones anschauen, dann haben wir jetzt drei Milestones, die aufeinander folgen. Und das stellt unsere drei Sprints dar. Jedem Milestone sind bisher erst noch keine Issues zugewiesen, das werde ich jetzt machen. Und Sie können dann hier den Fertigstellungsgrad sehen, auch haben wir nichts gemacht, also sind wir natürlich 0% komplett. Aber wir haben auch noch gar kein einziges Issues zugewiesen. Das werde ich jetzt ändern und gehe jetzt in die Liste meiner Issues und weise denen den ersten Meilenstein zu, weil das sind ja die Sachen, die wir jetzt in der ersten Woche erledigen wollen. So, das heißt, jetzt gehe ich hier Issue für Issue durch und weise jeweils den Meilenstein zu. Das kann man hier an der Seite machen. Ich kann hier sagen Edit und dann sage ich hier Exploration. Ich muss auch nicht weiter speichern. Ich gehe wieder auf die Liste. Happiness Index anlegen. Milestone Edit. Exploration. So, jetzt habe ich allen bisher angelegten Tickets den ersten Meilenstein zugewiesen, weil das sind ja die Themen, die wir in der ersten Woche abarbeiten wollen. Festzuhalten ist, diese Tickets haben Arbeitsumfang von allesamt weniger als einen Tag, sonst wären die möglicherweise als Tickets zu groß. Schauen wir uns den ersten Meilenstein nochmal genauer an, jetzt nachdem ich die Tickets zugewiesen habe, dem Meilenstein. Jetzt haben wir aber Exploration, der jetzt am 15. März anfangen wird, sehen Sie hier mit Upcoming. Jetzt neun Issues sind offen und jetzt, wenn wir jetzt hier den Meilenstein anklicken, haben wir jetzt auch bei dem Burndown Chart bereits neun Tickets offen und die können, das können wir sozusagen die stufenweise Abarbeitung anschauen. Und beim Issue Weight, das haben wir bisher noch nicht zugewiesen, da haben wir dadurch die Nulllinie, weil wir bisher noch keine Aufwandsschätzung vorgenommen haben. Was jetzt für solche kleinen Tasks wahrscheinlich auch keinen Sinn macht. Wir fangen mit der Aufwandsschätzung erst an, wenn wir uns mit User Stories und allgemeinen Anforderungen ins Gramm auseinandergesetzt haben. Jetzt macht das so noch keinen Sinn. So, also wir sind jetzt fertig mit den Meilensteinen. Es geht jetzt im nächsten Video dann darum, dass wir ein Taskboard machen und sozusagen unsere Arbeit dann visuell organisieren. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen bis hierher.